Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Lumion Legacy. Beim letzten Mal gab's einen Cliffhanger, was da hinten in der Stadt abging. Aber ich hab natürlich offline ein bisschen weiter gespielt. Muss euch etwas beichten. Ich hab meinen Kabunga hier von dem Rallye-Typen weggenommen. Und hab stattdessen einen Whispup reingepackt. Und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ich hab meinen Kabunga entwickelt. Ich habe ziemlich viel Zeit auf mich genommen und mit einem zweiten Account so weit zu spielen, dass ich einen eigenen Kabunga und einen eigenen Kreital fangen konnte mit diesem zweiten Account. Und hab dann den Kabunga gegen den Kreital und den Kreital gegen den Kabunga getauscht, um genau diese Entwicklung zu erzeugen. Das ist aus dem Kabunga geworden. Jetzt ist er Pflanze- und Feuertyp. Und mein Kreital hat sich auch entwickelt. Und zwar zu einem Volkaloa. Und der ist jetzt Feuer und Ancient. Und Ancient soll angeblich auch ein ziemlich starker Type sein. Und da ich einen Kreital habe, wurde mir gesagt, soll ich Whispup aus meinem Team rausschmeißen. Und das mach ich auch. Whispup fliegt raus aus dem Team. Deswegen spreche ich jetzt nochmal mit dem Rallye-Dude. Ich nehme Whispup raus. Ihr kommt in meine Bank. Es war eine schöne Zeit mit dir, Whispup. Ich habe ihn auch ein bisschen gelevelt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber wir könnten ja mal gucken, ob wir noch einen besseren Pip finden können. Und jetzt, wo wir das alles gemacht haben, stellen wir unser Team nochmal anständig auf. Viech brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt meinen Kabunga jetzt wieder dabei. Ich nehme Gumpot wieder mit, damit ich auf alles vorbereitet bin. Weil Gumpot ist einfach savage. Gumpot ist viel zu stark für alles. Und dafür muss Cefolin jetzt einfach mal ein bisschen warten. Und auf geht's zur nächsten City, um zu schauen, was wir da so verpasst haben. Weil mit der Stadt sah es ja gar nicht mal so gut aus. Ja, vielleicht sieht die auch immer so aus. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Vielleicht ist es ja vollkommen normal, dass hier Graffiti auf den Steinen steht. Das könnten ja auch diese drei Schüler gewesen sein. Oh, hier hat jemand Stress mit irgendeinem Dude. Soll er haben? Da ist ein V drauf. Das V ist bestimmt ein Zeichen. Aber gehen wir mal über die Brücke rüber. Und ich werde natürlich erstmal angesprochen von dieser Person. Und sie sagt, ich habe gerade Polot Corps' neueste cyberhumanitäre Technologie gekauft. Meine Smart Hosenträger erlauben es mir anzusehen, wie es um die Vitalitätswerte meiner Lumions in Echtzeit aussieht. Okay, Bro. Smart Hosenträger. Zeig mal her. Das gibt mir einen Competitive Edge im Kampf. Okay, cool. Super cool. Was für Vitalitätswerte? Meinetwegen. Huh, was hast du denn da für ein Lumion? Das wird jetzt weggemacht. Also tut mir echt leid, aber das wird jetzt einfach verbrannt. Fire Breath. Ich finde es so schön, dass Kabunga... Okay, es hat überlebt. Coole Fähigkeit. Super effektiv. Ist ja auch egal. Und Bodyslam. Ey, nicht Bodyslam. Ich habe sechs HP dadurch verloren. Aber ich finde es so geil, dass mein Pflanzen Lumion jetzt einfach Feuerattacken hat. Ich mache jetzt noch einen Lifetrain, um mir die sechs HP wieder zurückzuholen. Wobei, ich kann wahrscheinlich nur ein HP zurückholen. Ja, weil ich auch nur ein HP abziehe. Na ja. Shashi ist Level 33. Shompaktor. Ähm... Ne, ich möchte Lumions nicht wechseln. Was ist das denn da? Das ist kein Lumion. Das hast du selber gebaut. Okay, das wird jetzt auch nochmal weggemacht. Einfach weg. So. Super effektiv. Das war's. Meine Technologie. Sie muss kaputt sein. Okay, danke, dass du mir deine Technologie gezeigt hast. Was geht hier ab? Ich will vorbei. Ey, Duda! Du bist auch auf nichts Gutes aus, oder? Ich glaube, ein Kampf wird mir helfen, deine Persönlichkeit besser einzuschätzen. Okay, Bruder. Du bist ein Polizist, würde ich mal vermuten. Warum willst du jetzt mit mir kämpfen? Ich bin ein 10-jähriges Kind oder so. Warum gibt es jetzt solche... Meinetwegen, dann ist diese Stadt halt voll mit Technologie. Aber die Technologie wird von mir einfach eingeschmolzen. Super effektiv. Und weg. Und noch so ein Viech. Ja, ich werde jetzt mal Lumions wechseln. Ich will gucken, ob Wasser auch effektiv ist, weil wegen Rost und so, vielleicht. Müssen wir ja mal schauen. Also, er schickt noch so einen Polizeihund. Und ja, Wasser ist auch effektiv. Ja, siehe. Oh nein, Quick Pounce. Ah! Oh, er hat mir wehgetan. Oh, jetzt wird eben wehgetan. Weg ist er. Du scheinst ein sehr mitfühlender Trainer zu sein. Ich glaube, du bist unschuldig. Okay. 1.200 Kröten. Dankeschön für das Cash Money. Soll ich... Ich rede jetzt einfach mit euch. Ich will wissen, was hier abgeht. Ich hab nichts geklaut. Meine Freude wollte nur die Brücke vom Müll reinigen. Okay. Diebstahl ist nicht toleriert in dieser Stadt. Mein Smart-Scanner schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 95%, dass dieser junge Herr hier etwas gestohlen hat. Das Gericht wird über die Strafe des jungen Mannes bestimmen. Okay, Bruder. Wir gehen einfach mal in die Stadt. Dann sind wieder irgendwelche Leute. Der ist doch bestimmt wichtig. Viele der wilden Lumiens hier wurden von der Polot Corporation entwickelt. Wie sie es schaffen, lebendige Roboter zu entwickeln, verstehe ich nicht wirklich. Ja, verstehe ich auch nicht wirklich. Aber sowas gab es ja in Pokémon auch. Diese, ähm, Voltoball und so. Wir sind ja eigentlich auch Technologie, die dann Pokémon wurde. Polot Corp ist scheinbar eine krasse Firma. Aber diese Stadt sieht echt heruntergekommen aus. Ich meine... Und hier ist schon wieder Graffiti. Gehen wir mal rein. Also, niemand scheint besorgt zu sein darüber, dass die Stadt irgendwie komplett heruntergekommen ist. Vielleicht ist das wirklich der Normalzustand. Okay, hier steht jemand mit so einem Roboter-Kopf. Jetzt bin ich dran mit Superheld spielen. Nie darf ich der Superheld sein. Ich habe mehr kybernetische Verbesserungen. Natürlich bin ich der Superheld. Okay. Ich brauche auch kybernetische Verbesserungen. Das sieht nach einem Lumiens Center aus. Nach einem ziemlich großen. Gehen wir mal rein. Das sieht von innen genauso aus wie alle anderen. Ja. Das sieht exakt so aus wie alle anderen. Was kann ich hier kaufen? Ich will kybernetische Verbesserungen. Ja, scheinbar gibt es hier keine kybernetischen Verbesserungen. Das ist natürlich schlecht für euch. Es gibt eine Zwei-Sterne-Bewertung auf Yelp. Und eure Facebook-Seite bekommt von mir einen Daumen runter. Puh. So. Polotko. Die stehen da und gucken sich die Wand an. Ich sehe die Polizeistation. Gehen wir mal zur Polizei. Polizei. Hallo. Entschuldigen Sie. Ich habe meine Brille verloren. Wenn du hier bist, um meinen gestohlenen Gegenstand zu melden, müssen wir dich auf die Liste schreiben. Diebstahl wird zu einem immer größeren Problem hier in der Stadt. Die Leute nutzen ihre Cyber-Verbesserungen, um Verbrechen zu begehen. Okay, cool. Dann will ich auch Cyber-Verbesserungen haben. Gib mir Cyber-Verbesserungen. Hier, Polotko. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Na gut, daneben. Kann ich hier hochklettern, please? Kann ich hier hochklettern, please? Na gut. Ach, da hinten. Polotko. Wo geht es hier lang? Oh, ist das ein Verbrecher? Hier ist schon ein Verbrecher. Sei vorsichtig, wenn du in dieser Stadt wandelst. Das ist kein Ort für Kinder, um alleine herumzulaufen. Es sei denn natürlich, du hast Lumiens, um dich zu beschützen. Ähm. Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu krase Lumiens hier. Oh, guckt euch das an. Das ist ein Haus, in das man reingehen kann. Das ist immer so krass, in Videospielen, wenn es sowas gibt. Ich liebe das. Mich kann man so leicht begeistern, in den Videospielen. Breads, Bread. Oh mein Gott, hier gibt es Brot. Ich will Brot. Von Bread. Hier bestellen. Gib mir Brot. Arbeitet Bread überhaupt? Das Geschäft ist offen, aber niemand scheint hier zu sein. Aber Bread, ich will endlich dein Brot haben. Was ist mit Bread passiert? Naja, wird bestimmt noch zur Story gehören. Oh. Da hinten gibt es Sushi-Sticks. Und Power-Bagels. Oh mein Gott, ich liebe Power-Bagels. Es gibt so viel zu erkunden in dieser Stadt. Die Stadt ist echt cool gebaut, das muss ich echt sagen. Wir haben die ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Hinten geht es zu Route 8. Und da geht es zu Battle Arena. Oh yeah, Battle Arena. War es jetzt eigentlich meine Aufgabe zu... Ne, ich sollte ja nach dem Stein suchen. Okay, da geht es zu Battle Arena, da geht es zu Route 8. Und da hinten geht es zu Polot Corp. Und ich will erstmal zu Polot Corp, um mir kybernetische Verbesserungen zu holen. Ich will der krasseste von allen sein. Bitte lass mich der krasseste von allen sein, Polot Corp. Ich gebe dir auch all mein Geld. Okay. Polot Campus. Oh, da steht einfach so ein Soldat. Willst du mich nicht runterlassen? Bla, bla, bla. Ich lasse dich nicht vorbei. Ho, ho, ho. Okay. Dann gehen wir mal rein. Äh, das ist so riesig hier, okay. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Ich brauche Verbesserungen. Kybernetische. Willkommen bei Polot Corp. Wenn du hier bist, um deinen Cybergear zu bekommen, musst du dich auf unsere Warteliste schreiben lassen. Die nächsten Verbesserungen gibt es voraussichtlich in drei Jahren. Ist mich verarscht. Was für drei Jahre? Was für ein Saftladen, dass man hier drei Jahre lang auf sein neues iPhone warten muss. Ich meine, mir würde es ja schon reichen, wenn ich Hosenträger bekomme, die mir anzeigen, welchen Typ mein eigenes und die gegnerischen Lumiens haben. Aber nein, das zeigt es mir hier nicht an. Gut, ich würde sagen, wir gehen zur Battle Arena. Ich will direkt die nächste Battle Arena abschließen. Oh mein Gott, das bin einfach ich. Hey, warte. Ah ne, warte, er spricht so. Oh, ey, du bist ja. Du erinnerst dich an mich, oder? Ich bin's, Lukas. Wie war nochmal dein Name? Ah ja, Conny. Der Name ist echt nicht leicht zu merken. Wir haben uns das letzte Mal auf Route 4 gesehen, als meine Freundin Mabel mir und meiner Schwester gesagt hat, wir sollen gegen dich kämpfen. Du bist bestimmt hier für das Battle Theater, oder? Du musst es auch gewesen sein, von dem ich in den Nachrichten gehört habe, den Battlestar von Hyver Willett geschlagen zu haben. Zwei Battle Theater abzuschließen ist schon sehr beeindruckend. Ja, und wie sieht's mit dir aus? Was? Ich? Ich wollte nur ein paar Snacks für Mabel und Lucy holen. Wir sind hier, um das Battle Theater live zu beobachten. Hey, das erinnert mich an was. Ich wollte mich entschuldigen für das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Ich meine, Mabel hat Lucy und mir einfach so befohlen, gegen dich zu kämpfen. Mabel ist manchmal ein bisschen rough, wenn du verstehst, was ich meine. Sie trägt sehr viele negative Emotionen mit sich rum, aus familiären Problemen, weißt du? Das stresst sie sehr. Alles, weil ihre Mutter sie nicht... Oh! Hey, da bist du ja, Lukas! Warum hat das so lang gedauert und warum redest du mit diesem Loser? Entschuldigung, Mabel. Ich hab für dich und Lucy ein paar Power Bagels geholt. Power Bagels? Power Bagels? Wer sagt, wir wollen Sushi? Sorry, aber der Sushi-Laden sah nicht sehr sauber aus und ich... Na toll! Jetzt ist nicht nur das Battle Theater geschlossen. Du hast uns auch noch die falschen Snacks gebracht. Oh, das Battle Theater ist geschlossen. Ja, der Ticket-Typ da drin hat gesagt, der Battlestar ist irgendwo bei PoloCorp. Sich ein neues Cybergear holen oder so. Ja, scheinbar geht's wieder zweimal die Woche hin, um sicherzustellen, dass ihr Cybergear immer auf den neuesten Stand ist. PoloCorp scheint ziemlich interessant für uns zu sein. Wir sollten da vielleicht mal vorbeischauen. Ich hab gehört, dass PoloCorp ziemlich neues Hightech-Design bla 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 bla. Bla bla, City. Hä, wie funktioniert das überhaupt? Oh, es klingt ziemlich cool. Ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn wir uns eine Tour durch PoloCorp buchen? Würdest du mit uns mitkommen wollen, Conny? Augenblick, Lukas! Ich bin cool damit, eine Tour durch PoloCorp zu buchen. Aber warum fragst du ihn? Oh, komm schon, Mabel. Es wird schon nicht schaden, wenn jemand anderes mal mit uns mitkommt. Nur dieses eine Mal, oder? Und Conny hat zwei Battle Theater-Medaillen und möchte sich hier die nächste holen. Ist das nicht cool? Zwei Battle Theater-Medaillen? Hä? Alles klar, dann machen wir einen Deal. Wenn Conny dich und Lucy besiegen kann, dann kann er mit uns kommen. Oh, nicht das schon wieder, Mabel. Schnauze, Lukas! Ich bin dabei. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Alles klar, in Ordnung. Ich fang an. So sehr ich auch will, dass du mit uns kommst, Conny, hasse ich es, im Kampf zu verlieren. Möge der bessere Trainer gewinnen. Okay, dann kämpfe ich jetzt gegen Lukas. Lukas hat immer noch einen Kabunga. Bruder, Lukas, ich habe die Weiterentwicklung. Aber seiner ist auch schon Level 24. Krass. Nur schade, dass ich einen Type-Advantage habe. Oh, das ist so mies. Das ist so mies. Aber meint ihr, Lukas wird seinen Kabunga auch irgendwann so entwickeln? Oh, Roach. Na, ich werde noch nicht wechseln. Erstmal gucken, was das ist. Ah, einen Käfer. Wegmachen. Das gibt einen Bushwack. Oh, das war nicht so. Eerie ist der. Ne, das sehe ich nicht ein. Das hat mich angeschaut. Es hat mich angeschaut. Da muss ich jetzt wechseln. Auf zur Motte. So. Venom-Shomp. Aua. Hör auf mich zu beißen. Ich muss dich jetzt wohl weggasten. Gast. Und weggesau. Lukas schenkt Eleguana. Wirst du wechseln? Ich glaube, Dark-Type-Blumens werden stark. Aber ich habe, glaube ich, nichts mit Dark. Ich könnte ja mal Kreital mit ins Boot holen. Mal gucken, was der so bieten kann. Das sieht auch so krass aus. Aber krass, dass Geeklau sich zu sowas entwickelt. Okay. Mats Beta ist gut. Ah, ja, gut. Ich habe ja eine Erdattacke. Nice. Super effektiv? Nein. Jetzt zeige ich dir, was wirklich super effektiv ist. Oh Gott. Wie viel hält der aus? Warum ist Geeklau so ein starkes Lumion? Ich check's nicht. Ich wechsel zu Ventakion. Der muss effektiv sein. Aber er ist, glaube ich, auch effektiv gegen mich. Okay. Er macht Dodge. Das ist gut. Das bringt ihm nämlich gar nichts. Jetzt nehme ich einen Geysir. Und das wird ihn wegmachen. Lightdash. Nicht Lightdash. Okay. Und jetzt sollte er weg sein. Ja, fast. Okay. Jetzt noch ein Hydro Slash. Und dann ist es vorbei. Ja, ciao. Oh, ist das Level 35? Das war ein guter Kampf. Wow. Ich habe vergessen, wie tough du bist. Also, ich habe es dir nicht leicht gemacht. Meinetwegen kannst du gerne mitkommen. Nicht schlecht, Conny. Aber jetzt schau mal zu, wie du mit Lucy klarkommst. Alles klar, ich komme. Ich habe das letzte Mal, als ich Lucy gevoiced habe, vergessen, dass sie so geschrien hat. Beim ersten Mal, als ich sie gesprochen habe. Und da ist Fancup. Aber Fancup. Ah, ich glaube. Ich hole mal Volkaloa. Ich will gucken, ob Ancient gut ist gegen Geist oder Spirit ist. Heißt das ja hier. Was zu deutsch übersetzt ja auch wieder Geist heißt. Ja, ist es. Sehr gut. Savage Greed. Ah, weg ist er. Stell dir vor, so ein Viech steht vor dir. Das sind Kinder. Ne, ich werde Lumion nicht wechseln, weil ich denke, ich werde immer noch effektiv gegen dich sein. Ja, Feuer ist effektiv. Und ich habe zum Glück ein Fire Lumion. Aber der muss danach eine Runde aussetzen, weil ich ja doppelt so stark bin. Nein, stimmt. Das Lumion überlebt ja immer den ersten Ak... Jetzt machst du Body Slam gegen mich und ich muss eine Runde aussetzen. Das heißt, sie macht jetzt noch einen zweiten Body Slam. Gast. Ah, hör auf damit, please. Kriegst du Coconut Bomb. Coconut Bomb. Okay. Was war das denn für eine Attacke? Die habe ich noch nie verwendet. Alles nur um ein HP abzuziehen. Ragoon. Ja, ich werde Lumion wechseln, weil mein Volkaloor ist jetzt echt schon ziemlich low. Komm, nehmen wir Shorshi, weil Shorshi ist einfach stark gegen alles. Das ist einfach so meine ultimative Waffe. Er setzt sich viel zu selten ein, weil ich es bisher auch noch nicht brauchte. Ja, Shorshi. Naja. Oh, Brainwash ist nicht effektiv? Naja, dann gibt es einen Rainbow Blast. Leute, Rainbow Blast ist immer stark. Und weg ist er. Na gut, hast du noch irgendetwas zu bieten? Ich glaube nicht, oder? Ah, nicht schon wieder. Sorry, Mabel, ich habe mein Bestes gemacht. Na gut, ich muss zugeben, du bist gar nicht so schlecht im Kämpfen. Heißt das, Conny darf mit uns mitkommen, Polotkop besichtigen, Mabel? Ja, wir haben einen Deal gemacht, oder? Lass uns hier nicht den ganzen Tag rumstehen. Der Eingang zu Polotkop ist da hinten. Lass uns mal da hingehen, bla bla bla. Und lass uns ja nicht warten. Yeah! Seh dich später, Conny. Ähm. Bruder, wer bist du? Oh, es gibt... Das ist ein Eingang, Gym Rats. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist einfach ein Gym. Hey, Bruder. Hey, Demo und so. Kannst mitmachen. Heavy Bag Challenge. Schafft es dein Lumion, mein Bag in nur fünf Runden zu besiegen? Ähm, ja klar, ich meine... Heavy Bag. Level 30. Oh, Level 30? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Oh, Shrek. Oh, Shrek. Ahm. Was? Wie viel hält der denn aus? Fire Breath? Ah, man braucht wahrscheinlich keine Special Attacks, sondern physische. Und physische habe ich gar nicht. Pine Shot? Ist das... Nee, das ist alles nicht physisch. Ähm, ja. Eigentlich muss ich Lumion switchen. Coconut Bomb. Alle meine Hoffnung liegt bei dir, Volker Loa. Du musst es jetzt schaffen. Du hast doch einen Angriff. Oder zwei? Ich gehe überhaupt nicht auf physische Attacken, aber jetzt muss es sein. Coconut Bomb. Zeig, was du drauf hast. Coconut Bomb. Und? Und, wie viel Schaden? Was? Nix macht es. Ja, Savage Creed. Das Ding ist Stufe 30. Wir kriegen hier nichts hin. Okay, dann muss Shorshi kommen. Ich meine, der Rainbow Blast hat bisher immer geholfen. Es ist zwar eine Special Attack, aber das scheint ja trotzdem keinen Unterschied zu machen. Komm, Rainbow Blast. Und? Jetzt mach es ihn weg, please. Und? Ja, dann hauen wir einfach so viele Rainbow Blasts rein, wie wir können. Machen wir einfach. So, und als letztes nochmal Brainwash, weil das hilft immer gegen den Sandsack. Ja. Okay. Okay, man kann ja auch ganz gut leveln. Aber es dauert auch lange, das Ding zu besiegen. Also, naja. Oh, Briar Block möchte er lernen. Dann gucken wir mal, was das ist. Ah, das ist dann sowas wie Dodge. Nur, dass man nicht dodgt, sondern Gegnern Schaden zufügt. Okay, lernen wir nicht. Du hast den Sandsack in 13 Runden geschlagen. Viel Glück beim nächsten Mal. Okay. Also, hierfür muss ich wirklich noch trainieren. Gut zu wissen. Ich wollte einfach nur gucken, was das hier ist, weil das sah cool aus. Oh nein, jetzt lasse ich Mabel, Lukas und Lucy warten. Naja, auf zu Polot Corp Campus. Polot Corp Campus. Yeah. Was hat so lange gedauert? Ja, du hast es geschafft. Ich habe die Tür schon gebucht. Ich möchte unbedingt sehen, wie sie diese süßen kleinen Lumions machen. Die sind nicht süß, Lucy. Die meisten von ihnen sind gemacht, um Müll aufzusammeln und die Luft zu filtern. Ich weiß, aber ich denke immer noch, sie sind süß. Alles klar, wenn wir jetzt hier sind, dann sollten wir mal losgehen. Hey, warte einen Augenblick, ich kenne dich doch. Hey, warte einen Augenblick, ich kenne dich doch. Lang nicht mehr gesehen. Conny, richtig? Wir haben uns in der Galvanit-Höhle getroffen. Ja, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, du brauchst mir das nicht mal wieder sagen. Ich entschuldige mich für diese Tortur. Ich habe mich nicht ganz wie ich selbst gefühlt. Ich hoffe, du kannst das hinter uns lassen und wir können nochmal von vorne beginnen. Hey, Conny. Wer ist denn dein Freund? Oh, das stimmt. Ich habe mich selbst nie introduced. Ja, du warst ein mysteriöses Trainer. Mein Name ist Jake. Und was sind eure Namen? Mein Name ist Mabel. Die beiden da hinten sind Lucy und Lukas. Äh, Mabel, geht es dir nicht gut? Also, du kennst diesen Loser hier auch, hä? Was bringt denn so einen schönen Ding wie dich dazu, mit jemandem wie Conny rumzuhängen? Aber wirklich, wenn ich jetzt so neben den Leuten stehe und dann mich angucke, okay, ich verstehe, was die meint, ja? Also, um ehrlich zu sein, haben wir nicht wirklich abgehangen. Wir haben uns nur einmal getroffen, als wir gekämpft haben. Und so sehr ich es auch hasse, es zuzugeben, habe ich den Kampf verloren. Danach sind wir getrennte Wege gegangen. Oh, du bist auch ein Trainer? Meine Freunde und ich sind auch alle Trainer. Aber Mabel, du hast doch gar keinen... Ahem. Also, was bringt dich heute zu uns, Jake? Naja, ich kam, um mir die Polot Corp Hauptquartiere anzuschauen. Der Ruf der technologischen Verbesserung von Polot Corp eilt der Firma weit voraus. Ich habe gehofft, sie könnten mir helfen in einer gewissen Notlage. Als ob? Wir wollten uns auch gerade die Polot Corp Hauptquartiere anschauen. Warum kommst du nicht mit uns, Jake? Warte, hat Mabel gerade einen Fremden selbstständig zu uns eingeladen? Eine Tour? Ja, das wäre perfekt. Das gibt mir die Gelegenheit, den Ort hier auszukundschaften. Oh, Jake, du bist so lustig. Wir werden großartige Freunde werden, das spüre ich jetzt schon. Oh, okay. Na gut, aber jetzt lass uns doch nicht hier einfach so rumstehen. Seitdem jetzt ist Lukas einfach... Ach, die neue Mabel geworden und Mabel ist verliebt. Lass uns reingehen und die Tour beginnen. Ja, endlich! Süße Lomians, ich komme! Und wir gehen los. Ach ja, da sind wir alle. Willkommen bei Polot Corp. Wie kann ich euch helfen? Äh, wir haben vorhin angerufen wegen der Tour. Sind wir hier am richtigen Ort? Na klar, ihr alle zusammen? Ja, wir fünf. Alles klar, ich werde heute euer Tourguide sein. Bevor wir anfangen, lass mich euch schnell mal erklären, was wir heute machen werden. Hat jemand von euch noch Fragen, bevor wir anfangen? Ja, ich kann mir mit den süßen kleinen Lomians spielen, die ihr hier macht. Euch wird es nicht gestattet sein, mit den Lomians in diese Anstalt zu interagieren. Wenn ihr trotzdem wünscht, mit den Lomians hier zu interagieren, dann müsst ihr das in der Stadt oder in der Wildnis tun. Ah, okay. Alles klar, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann lass uns loslegen. Bitte folgt mir. Unser erster Stopp ist die Denkfabrik. An diesem Ort versammeln sich unsere klügsten Köpfe und führen uns in eine großartige Zukunft. Es war dieser Ort, an dem das Konzept von künstlichen Lomians entstanden ist, die helfen werden, die Stadt zu entwickeln. Ich frage mich wirklich, ob die Stadt so runtergekommen ist, nachdem Polot Corp kam, oder ob Polot Corp jetzt hilft, die Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Unsere anderen Entwicklungen, so wie Cyber Attachments und Accessoires, wurden auch hier entwickelt. Wir haben sogar spezielles Glas, um uns hier von den Mitarbeitern abzutrennen. Das Glas verstreut das Licht, welches von den Whiteboards reflektiert wird, was es uns unmöglich machen wird, zu sehen, was darauf geschrieben wurde. Haha, der malt gerade einen Penis. Das gibt uns die Möglichkeit, Touren zu liefern, ohne unsere Geheimnisse zu verraten. Oh, das ist richtig futuristisch. Aber ich möchte links von den neuen Lomians sehen, an denen sie arbeiten. Haha, das ist richtig cool, oder Jake? Geheime Technologie? Ich frage mich, an welchen Arten von Produkten sie noch so im Geheimen arbeiten. Haha, ich hab genau das gleiche gedacht, Jake. Aber wir haben so viel gemeinsam. Alles klar, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Okay, dann lasst uns weitergehen. Ey, ich hab noch ne Frage. Folgt mir. Ey, ich hatte noch ne Frage. Oh, okay. Na gut, dann sind wir jetzt hier angekommen. Das ist einer der vielen Räume in unserem Campus, in dem wir unsere Produkte herstellen. Die Teile, die auf dieser Linie produziert werden, sind speziell dafür gedacht, um unsere künstlichen Lumiens herzustellen. Einmal zusammengesetzt werden unsere lebenslosen Maschinen in einen weiteren Raum gebracht, wo wir ihnen Leben einflößen. Mit Gewalt! Ähm, ich meine, mit energiereichen Seelenkristallen. Seelenkristalle, was? Welche man überall in Royra finden kann. Unser fantastischer Anführer, Dr. Wanta, war der erste, der entdeckt hat, dass die Kristalle genutzt werden können, um seine Entwicklung zum Leben zu bringen. Als Kind wurde ihm beigebracht, dass die Kristalle genutzt wurden, um alles Leben auf unserem Planeten zu erschaffen. Und das hat ihn inspiriert. Also bedeutet das, der Kristall, dem ich in der Galvatidenhöhle begegnet bin, war ein Seelenkristall? Das ist unglaublich. Ich frage mich, wozu diese Kristalle noch fähig sind. Wir haben eine eigene Einheit hier bei Polot Corp, die sich nur auf die Erforschung von Seelenkristallen spezialisiert hat. Sie denken, dass die Kristalle möglicherweise sogar Kräfte in unseren Lumiens erwachen können, die sich niemand hier vorstellen könnte. Ja, das klingt aber sehr interessant. Werden wir dieser Einheit auf der Tour auch begegnen? Nein, leider nicht. Dieser Ort ist nur für Polot Angestellte betretbar. Ja, und was ich unbedingt noch sagen muss, Polot Angestellte tragen immer dieses Ding hier auf der Brust. Das ist nämlich bestimmt später wichtig für die Story. Deswegen weise ich nochmal darauf hin. Wahrscheinlich müssen wir dann später irgendwie uns so ein Ding holen, dann können wir uns da reinschleichen und keine Ahnung. Ah, ich sehe. Ja, es wäre aber schon cool, sich das anzuschauen. Gab es da nicht einen Ort in Sylvan City, der Zeug mit den Seelenkristallen gemacht hat? Ja, ich erinnere mich an die Seelenkristalle, als wir da waren. Ja, ihr müsst sicher über die Kraftwerke in Sylvan City reden, die die Seelenkristalle nutzen, um elektrische Energie herzustellen. Unser Anführer Dr. Venter glaubt, dass das Zerstören dieser Seelenkristalle, um elektrische Energie zu erzeugen, eine furchtbare Verschwendung ihres wahren Potenzials ist. Gibt es irgendwelche weiteren Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Okay, dann folgt mir. Ähm, ich hatte aber noch Fragen. Oh, Junge, Sie heben das Beste immer für den Schluss auf. Ich kann's nicht abwarten. Okay, Lucy. Da wären wir. Riecht einfach Essen? Natürlich. Unser letzter Hyatt ist die Cafeteria. Wir bieten ja Essen für jeden kostenlos an. In der Cafeteria? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das war es nicht. Ich würde niemals kostenloses Essen ablehnen. Ich habe heute noch nichts gegessen, also ist das perfekt für mich. Oh ja, Sie haben Pizza. Lukas, du denkst immer nur an Essen und an Lumiens. Was? Das stimmt gar nicht. Ihr habt eine Stunde, bevor die Polo und Mitarbeiter ihre Pause haben und die Cafeteria selbst nutzen müssen. Ich komme zurück, sobald die Stunde vorbei ist. Habt Spaß miteinander. Wie jetzt eine Stunde sollen wir jetzt in der Cafeteria essen? Also kochen und essen, ja, aber eine Stunde, ne, meinetwegen. Eine Stunde? Cool, lass uns anschauen, was sie so haben. Und dann essen wir. Herr Lukas mit seinen Pizzen. Das Schöne ist, hier gibt es überall kostenlos Essen. Aber natürlich nur für zahlende Leute, die auch die Tour gebucht haben. Obdachlose kriegen ja kein Essen. Also, damit ich das richtig verstehe. Du reist durch die Welt auf der Suche nach irgendwelchen gruseligen Steinen, die irgendwelche mysteriösen Kräfte enthalten. Und du glaubst, dass einer von ihnen hier in Sephirite City ist? Also hat das dafür gesorgt, dass die ganzen Lumiens hier verrückt geworden sind? Von dem her, was Conny gesagt hat, stehen die kaputten Bruchstücke der Steintafel auf jeden Fall mit den korrupierten Lumiens in Verbindung. Ah, das ist so gruselig. Aber wer steckt hinter all dem? Also, von meiner Erfahrung her entstehen solche Ereignisse eigentlich immer nur, wenn jemand mit Kräften herumspielt, die ihm nicht zustehen. Es klingt so, als hättest du schon durch ziemlich viel durchgemusst, oder Jake? Und Lukas frisst Pizza. Oh, er genießt es so. Ich find's schön, dass er seine Pizza genießen kann. Auch wenn er nicht abweist. Er ist auch ein Genießer. Er lutscht. Und jetzt nochmal das andere Stück testen. Einfach nur ablutschen. Ja, Jake. Was ist deine Geschichte? Es ist ziemlich kompliziert. Ich rede am besten nicht darüber. Lass Jake in Ruhe, Lukas. Er will darüber nicht sprechen. Sorry, ich wollte eigentlich nur... Es ist okay. Sagen wir einfach nur, ich hänge hier sozusagen fest. Und suche nach einer Möglichkeit, aus dieser schwierigen Situation rauszukommen. Oh, das ist so mysteriös. Das gefällt mir. Mabel, du hast dich heute ziemlich komisch verhalten. Geht's dir wirklich gut. Wie auch immer. Conny, du hast gesagt, du hast schon zwei dieser komischen Steine gefunden. Wenn es acht Steine insgesamt gibt, dann hast du immer noch einen ziemlich weiten Weg auf dich zu nehmen, oder? Und es scheint so, als würde man, wenn man in direkten Kontakt mit dem Stein kommt, richtig kraftvoll und chaotisch werden. Wenn sie nicht schnell eingesammelt werden, dann könnten sie für ziemlich viel Verwüstung sorgen. Ja, das ist richtig. Ich kann nicht glauben, dass du diese Steine ganz alleine sammeln musst. Deine Tapferkeit ist inspirierend. Ja, warum muss ich das alleine machen, hä? Ich meine, das ist ja offensichtlich eine riesen Bedrohung. Gibt es dafür nicht so ein Special-Einsatz-Team? Warum mache ich das? Ich bin der Sohn von meinem Vater. Ich hatte mal einen Freund, der in einer ähnlichen Situation war und ähnliche Entscheidungen treffen musste. Du erinnerst mich sehr stark an ihn. Hier stehen drei Punkte, das heißt, er schweigt. Es ist ziemlich schwer, ganz alleine der Held sein zu müssen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dir helfen zu wollen. Mit meinen eigenen Bestrebungen bin ich immer nur in Sackgassen gelaufen. Ich fühle mich ziemlich verloren. Aber nachdem ich deine Geschichte gehört habe, Conny, fühle ich mich fast so, als wäre ich dazu bestimmt, hier zu sein. Bitte erlaube mir, dir zu helfen, soweit ich kann. Warte, wirklich? Lukas ist so glücklich mit seinen Pizzen. Also dann möchte ich dir auch helfen. Wenn das, was du gesagt hast, so stimmt, dann ist es wirklich sehr gefährlich, ganz alleine. Ja, ziemlich gefährlich. Warum unterbrichst du ihn? Auf mich kannst du auch zählen. Lukas kann sowieso nichts ohne mich anstellen. Hey, das ist nicht wahr. Ja, was auch immer. Was ist mit dir, Mabel? Was denkst du? Ich, ich kann nicht. Ah ja, sorry, Mabel. Warte, was stimmt nicht? Naja, Mabel ist nicht. Meine Mom lässt mich kein eigenes Lumien haben. Als ich ein Kind war, naja, da gab es einen Unfall. Und meine Mutter hat mir nicht erlaubt, danach Lumien zu trainieren. Ich habe meine Mutter enttäuscht. Und jetzt denkt sie, ich bin wertlos. Dann hat sie mich weggeschickt, um über Lumien in der Schule zu lernen. In Sheshmer Town. Ich glaube, sie dachte, ich wäre ihre Zeit nicht wert, es mir selbst beizubringen. Meine besten Freunde der gesamten Welt, Lukas und Lucy, sind mit mir gekommen, weil sie mich nicht alleine gehen lassen wollten. Aber diese Schule hat mich nur an meine Fehlschläge erinnert. Also haben wir die Schule verlassen. Und nun wandern wir einfach nur herum. Ich bin, ich bin einfach nur eine Versagerin. Und ich traue mich nicht, meine eigenen Lumien zu trainieren. Mabel? Es tut mir leid, das klingt furchtbar. Es gab eine Zeit, in der ich auch dachte, ich wäre ein Fehlschlag. Damals war ich ein nicht nütziger Feigling. Ich dachte, ich wäre schwach. Und deswegen wurde ich schwach. Und dann ist etwas passiert mit jemandem, der mir sehr am Herzen lag. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich hätte entweder davonlaufen und schwach bleiben können. Oder die Vergangenheit hinter mir lassen. Und die Kontrolle über meine eigene Zukunft übernehmen können. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe all meine Ängste beiseite gelegt. Und am Ende war ich in der Lage, ihn zu retten. Jetzt gibt es wieder eine dramatische Pause. Oder zumindest denke ich, dass ich ihn retten konnte. Der Teil der Geschichte ist für mich immer noch ein Rätsel. Aber ich glaube daran, dass es gut ausging. Wie auch immer, der Punkt der Geschichte ist, du entscheidest über deine Zukunft. Du entscheidest, was du kannst und was du nicht kannst. Es liegt nur bei dir. Lass deine Vergangenheit hinter dir. Und lasse deine Zukunft nicht von deiner Furcht lenken. Das wird dich nur dazu leiten, deine Entscheidungen noch mehr zu bereuen. So, also, also du weißt nicht mal, was am Ende passiert ist? Wie ich gesagt habe, der Teil ist kompliziert. Aber das ist... Ich glaube, du hast recht, Jake. Ich konnte noch nie irgendetwas im Leben genießen, weil ich dachte, ich wäre ein Fehlschlag. Ich kann so nicht weiterleben. Von nun an werde ich mich nicht mehr davon abhalten lassen, was meine Mutter über mich denkt. Conny, du kannst auf mich zählen. Wenn es irgendetwas gibt, was Lucy, Lukas oder ich für dich tun können, wir werden es machen. Das ist die richtige Einstellung, Mabel. Mabel, ich habe dich lang nicht mehr so entschlossen gesehen. Ich bin jetzt richtig aufgeregt. Alles klar, da hast du es, Conny. Wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, kannst du auf uns zählen. Das ist so cool. Wir werden wie so ein Superhelden-Team aus den Filmen sein. Nur, dass wir keine zusammenpassenden Uniformen tragen. Ey, jetzt wo wir alle zusammen ein Team sind, sollten wir uns nicht gegenseitig auf unseren Lumi-Watches adden, dass wir alle miteinander telefonieren können und sagen können, was so passiert. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Lass uns das schnell erledigen. Okay, jetzt habe ich neue Freunde auf Facebook. Okay, ich denke, das ist jeder. Alles klar, Kinder. Es ist Zeit zu gehen. Wir haben kaum was gegessen. Nur Lukas hat an seinen Pizzen genuckelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Tablets da hinten in den Müll werfen. Und dann folgt mir. Ich führe euch wieder zurück zur Lobby. Wow, es war echt schon eine Stunde. Das ging richtig schnell. Lass uns draußen weiterreden. Na, es war wirklich eine Stunde. Ich nehme jetzt schon eine Stunde und 13 Minuten auf. Vielen Dank für euer Interesse an Polot Corp. Ich hoffe, die Tour war sehr bildungsreich und bla bla bla. Lass eure Freunde und Familie mehr von der Erfahrung hier hören. Danke, Miss. Also, lasst uns nach draußen gehen und nach Hinweisen suchen. Über das nächste Stein-Ding, oder? Wir könnten beim Battle Theater irgendwelche Leute befragen. Ich meine, beim Battle Theater kommen die Leute aus der ganzen Welt. Die haben bestimmt was gesehen. Das wäre sicher ein guter Ort, um Informationen zu beschaffen. Und wolltest du nicht sowieso diese Battle Theater Challenge machen, Conny? Oh ja, das ist richtig. Wir sollten jetzt zurückgehen. Entschuldigen Sie mich bitte. Habe ich da gehört, dass jemand von euch die Battle Theater Challenge versuchen möchte? Oh ja, Conny wollte das Battle Theater herausfordern. Ist das so? Na, dann ist es mir einfach genügend, dich zu begegnen. Mein Name ist Faust. Wenn du das Battle Theater herausforderst, dann besteht die Möglichkeit, dass du und ich miteinander kämpfen werden. Augenblick. Bist du? Bist du der Battlestar von Severite City? Ich habe ein Special im Fernsehen über dich gesehen. Du hast einen Unfall überlebt und Polut Corp hat dein Leben gerettet und dir alle möglichen kybernetischen Verbesserungen gegeben. Ja, das ist richtig. Ich habe gerade mein Cyber Gear updaten lassen. Polut Corp ist so freundlich, regelmäßig mein Equipment zu rekalibrieren und zu finetunen. Um sicherzustellen, dass ich immer in einer 1A-Form für meine Battle Theater Performances bin. Und dank Faust sind wir in der Lage, Aufmerksamkeit auf unsere lebensverändernde Technologie zu lenken. Oh, Dr. Wanta. Ich habe nicht gedacht, dass sie heute noch hier ankommen würden. Wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich ihnen schon längst einen Kaffee bereitet. Da hinten steht, bitte warte auf deinen Reiseleiter. Das ist so schön, wie solche Schilder übersetzt sind. Aber diese Sprechblasen nie übersetzt sind. Oh, das ist kein Problem, Lydia. Ach übrigens, wo ist deine ID? Solltest du sie nicht an deinem Arom betragen? Oh, ich muss sie wohl verloren haben. Ah, ihr wurde das Ding geklaut. Wer war es denn? War es Jake? Ich werde danach suchen. Alles klar. Dann beeil dich. Komm schnell zurück, wenn du sie gefunden hast. Hier warten immer noch Menschen auf ihre Cyber-Upgrades. Alles klar, Sir. Entschuldigen Sie bitte, Faust. Wo waren wir? Ich habe den jungen Leuten nur über mein Cyber-Gear erzählt. Ach ja, Faust-Equipped-State-of-the-Art-Gear. Ja, okay, ich habe es jetzt schon verstanden. Ja, cooles Gear. Technologie, Develop, Give People. Ja, ich... Langsam reichen die Dialoge auch. Ja, ja, ihr seid sowas wie Apple. Und Apple hat das Leben gerettet. Wir haben Faust neue Körperteile gegeben. Und jetzt haben sie noch darüber erzählt, dass sie ja diese Lumiens erschaffen haben. Jeder Mensch in der Stadt hat auch solche Lumiens. Und wenn wir solchen Lumiens in der Wildnis begegnen, dann dürfen wir sie gerne gefangen nehmen. Warum auch nicht? Ich meine, je mehr Leute solche Lumiens haben, bla bla, das ist also praktisch kostenlose Werbung. Und das ist so lustig, Dr. Fanta. Wie auch immer. Danke fürs Feintunen diese Woche. Ich gehe wieder zum Beta-Theater. Bla 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 bla. Ciao, ciao. Ja, super cool. See dich nächste Woche, Faust. Goodbye, Fanta. Ja, ich weiß. Super coole Begegnung, super selten. Ich muss auch für eine Weile mal weggehen. Äh, ich schwöre, Jake hat die Karte geklaut und dringt jetzt irgendwo ein. Sorry, dass ich nicht beim Beta-Theater dabei sein kann, Conny. Aha, du musst wirklich schon gehen, Jake? Ja, ich muss noch etwas tun. Ich rufe euch auf euren Lumi-Watches an, wenn ich fertig bin. Ihr seht euch später. Okay. Bye, Jake. Oh, Bruder. Alles klar, Conny. Du solltest wirklich in die Battle-Arena gehen. Wir gehen aber zuerst hin, um uns schon mal Sitzplätze zu beschaffen, bevor du drin bist. Und wir fragen herum, ob irgendwer was über diese Steintafeln weiß. Ja, viel Erfolg, Conny. Und wer du verlierst, dann werde ich ziemlich müdend. Oh, und sie ist wieder normal. Ich mache nur Spaß. Los geht's. Okay, sie gehen jetzt los. Hier hinter mir ist mein Lumion auf einmal gespawnt. Und ja, Jake ist jetzt hier in Polot-Korb einbrechen. Ohne, dass wir davon natürlich wissen. Ach ja. Psst, psst. Ah, mein Vater oder wer? Hey, Champ, ich bin's wieder, dein Vater. Ich rufe an, weil ich etwas Seltsames bemerkt habe. Ich habe die Information bekommen, dass deine Lumi-Watch vielleicht repariert werden muss. Dabei denke ich gar nicht, dass das wirklich der Fall sein sollte. Weißt du, das letzte Mal, als das passiert ist, da warst du in der Nähe von diesem korrumpierten Stein. Also glaube ich, dass es tatsächlich daran liegt, dass du dich nah an diesem Stein befunden hast. Oh, warte mal. Du hast gerade Polot-Korb angeschaut, oder? Das ist diese Technologie-Kompony. Die, ja, ich habe es verstanden. Die macht Kubernetes, Gear und was nicht alles. Ja, ich habe es verstanden, Dad. Hm, das ist ziemlich beunruhigend. Wir müssen irgendwie herausfinden, ob da noch irgendwas hinter versteckten Türen abgeht. Ja, Dad, aber ich wollte eigentlich gerade ins Battle-Theater. Ach, du wolltest ins Battle-Theater gehen, um Informationen zu beschaffen? Keine schlechte Idee, Conny. Ach, und wenn du diese Battle-Theater-Challenge nehmen willst, werden deine Mutter und ich natürlich mit deinem Fernsehen zuschauen. Werden wir nicht. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie über irgendetwas informiert. Er ruft mich immer an, wenn irgendwas passiert. Und ja, dann haben die wahrscheinlich hier drin irgendwo diesen Stein. Und zur Battle-Arena geht es dann das nächste Mal, weil, wie gesagt, ich bin hier jetzt schon anderthalb Stunden. Es hat ziemlich lang gedauert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da. Falls doch, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!